Bei uns hat er gespielt. Unser Biker, der wahrhaftige Biker vor allem. Er ist von eigenem Nordrumpo gebacken. Steiger aus! Unsere Bumsmaschine hier hinten, nicht zu überhören. Er macht mit den Verträgen, ist die erste Kontaktperson. Er hat mit uns, mit dem Buch etc. Martin André! Ebenfalls auch von Interlaken. Jeden oder anderen kennen ihn vielleicht. Er war nämlich schon mehr auf grösseren Bühnen. Wir sind stolz, dass wir ihn hier bei uns haben dürfen. Enkel Hunziker! Und den neuesten Mal, den wir haben. Wir sind mächtig stolz. Ich glaube, er macht seinen Job zackstark. Das darf man hier sagen. Wir sind richtig stolz auf Zvala Daniel! Und ich bin Dido Antena. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ganz einfach. 90-mal. Moderator uno. W-W-W-W-W-W- Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Won't you be white?